Häufige Probleme und Lösungen für Xiami Rhythmie 12 Problem mit hohem Batterieverbrauch in Xiami Rhythmie Note 12 Discovery So beheben Sie das Problem mit dem Akku des Telefons. Im Fall von Xiami Rhythmie Note 12 Discovery erhalten Sie einen erstklassigen Prozessor, der problemlos mit Multitasking, langen Gaming-Sessions und starker Nutzung problemlos umgehen kann. Die leistungshungrigen Kerne benötigen eine enorme Menge Batteriesaft, um erstklassige Ergebnisse zu liefern, was letztendlich zu einer schnelleren Batterieentladung führt. Möglicherweise haben Sie dies auch in Ihrer Benutzererfahrung bemerkt, da das Telefon nicht länger als 5 Stunden Bildschirmzeit lebt. Es gibt einige andere Fälle, in denen das ursprüngliche Xiami-Ladegerät nicht verwendet wird. Hier erfahren Sie, wie Sie das Problem mit der schnellen Batterieentladung auf Xiami Rhythmie Note 12 Discovery beheben. Wie kann man die Batterieentladung des Xiami Rhythmie Note 12 Discovery schnell beheben? Gehen Sie zu Einstellungen Akku vollständige Gerätennutzung anzeigen, um die Bildschirmzeit zu überprüfen. Deaktivieren Sie die automatische Helligkeitsfunktion im Einstellungsmenü. Öffnen Sie Einstellungen Anwendungen deaktivieren Sie Benachrichtigung über nutzlose Anwendungen anzeigen. Deaktivieren Sie Wi-Fi, Bluetooth, GPS und mobile Hotspot. Reduzieren Sie die Bildschirmzeit auf weniger als eine Minute. Suchen Sie nach offiziellen Software-Updates. Überladen Sie das Telefon nicht. Der Bildschirm bleibt hängen und reagiert nicht auf Xiami Rhythmie Note 12 Discovery. Beheben Sie das Problem mit dem Telefonbildschirm. Ich habe das Xiami Rhythmie Note 12 Discovery wegen seiner reibungslosen Benutzererfahrung und reibungslosen Berührungsreaktion gekauft. Aber manchmal werden Sie feststellen, dass der Bildschirm hängen bleibt und sich nach ein paar Wischbewegungen nicht bewegt. Es ist möglich, dass der Bildschirm beschädigt wurde, weshalb Sie auf dem Bildschirm nicht mehr reagieren. Versuchen Sie in diesem Fall, das Produkt ersetzen zu lassen, oder fordern Sie eine Rückerstattung an, wenn sich das Gerät in der Garantiezeit befindet. Aber bevor wir uns mit all diesem Ärger befassen, versuchen wir einige Tricks, um das Problem mit der Bildschirmreaktion zu beheben. Wie behebt man das Problem, dass Xiami Rhythmie Note 12 Discovery immer wieder einfriert? Starten Sie Ihr Telefon einfach neu, indem Sie die Ein-Aus-Taste verwenden. Sie können Ihr Telefon auch im abgesicherten Modus starten. Installieren Sie die Display-Tester ab, um Ihren Bildschirm richtig zu überprüfen. Der letzte Schritt wäre, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Xiami Rhythmie Note 12 Discovery bleibt auf dem Startbildschirm hängen. Beheben Sie das Problem mit der Bootschleife des Telefons. Es ist sehr ungewöhnlich, dass Ihr Telefon auf dem Startbildschirm hängen bleibt. Dies ist wahrscheinlich aus den folgenden zwei Gründen der Fall. Erstens, wenn das Gerät einige Fehler aufweist, die das Problem verursachen. Im zweiten Fall habe ich versucht, den Bootloter zum Flaschen eines benutzerdefinierten Rooms zu entsperren. Der Bootloter wird jedoch nicht präzise entsperrt. Im Allgemeinen ist dieses Problem als Bootloop bekannt und erfordert die Hilfe eines erfahrenen Technikers. Häufige Probleme im Zusammenhang mit dem Samsung Galaxy M30. Wenn dies also der zweite Fall ist, empfehlen wir Ihnen dringend, sich an einen Fachmann zu wenden, um dieses Problem zu lösen. Wie behebt man Xiami Rhythmie Note 12 Discovery, das auf dem Startbildschirm hängen bleibt? Drücken Sie lange die Ein-Schrägstrich-Aus-Taste plus lauter Taste, um das Telefon auszuschalten, und schalten Sie es dann wieder ein. Zweitens können Sie versuchen, in den abgesicherten Modus zu booten. Aktualisieren Sie auf das neueste Firmware-Update. Löschen Sie die Cache-Partition des Telefons. Löschen Sie alle Daten mit Hard Reset. Besuchen Sie das nächstgelegene Xiami Care Center. Überhitzungsproblem in Xiami Rhythmie Note 12 Discovery Beheben Sie das Problem mit der Telefonheizung. Überhitzungsprobleme können aus verschiedenen Gründen auftreten. Das häufigste Szenario ist jedoch, dass Sie das Gerät überladen haben oder einige Stunden lang Spiele gespielt haben. Abgesehen davon gibt es einige Benutzer, die Hitze auf der Rückseite bemerken. Hier sind die folgenden Tricks, mit denen Sie Erwärmungsprobleme auf Xiami Rhythmie Note 12 Discovery leicht vermeiden können. Wie behebt man das Heizproblem des Xiami Rhythmie Note 12 Discovery? Überladen Sie das Gerät nicht und verwenden Sie das Original-Ladegerät von Xiami. Sie können das System neu starten, indem Sie auf Neustart fortsetzen klicken. Deaktivieren Sie Wifi, GPS-Standort und Bluetooth, wenn Sie nicht benötigt werden. Schließen Sie alle unnötigen Hintergrund-Apps. Schließlich können Sie nach einem System-Update suchen. Problem beim Herstellen einer LAN-Verbindung in Xiami Rhythmie Note 12 Discovery Beheben Sie das LAN-Problem im Telefon. Heutzutage ist das Internet so ein fester Bestandteil unseres Lebens geworden, dass wir nicht einmal ohne es leben können. Außerdem erhalten Sie verschiedene Informationen und erstaunliche Memes, die Ihren Tag verschönern werden. Aber aus irgendeinem Grund kann das Telefon keine Verbindung zum LAN herstellen. In diesem Fall können Sie zu den Schnellkorrektur-Optionen für die Xiami Rhythmie Note 12 Discovery Wifi-Verbindung gehen. Hier sind die Wege. Wie behebt man das Problem mit dem Xiami Rhythmie Note 12 Discovery Wifi? Starten Sie das System neu, um die Verbindungseinstellungen zu aktualisieren. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in LAN-Reichweite befinden. Vergessen Sie Ihr LAN und verbinden Sie es erneut. Ändern Sie es, wenn es ein Problem mit dem Router oder Modem gibt. Überprüfen Sie das LAN-Verbindungskabel sorgfältig. Schließlich können Sie versuchen, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen. Wie behebt man, dass Xiami Rhythmie Note 12 Discovery die Verbindung zum LAN immer wieder trennt? Wenn das Wifi auch nach dem Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen immer noch getrennt wird, können Sie die nächste Methode ausprobieren. Halten Sie LAN-Optionen gedrückt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen für das bevorzugte Netzwerk. Wählen Sie weitere Optionen Anzeigen aus. Ändern Sie die IP-Einstellungen von DHCP auf Statisch. Versuchen Sie schließlich, sich wieder mit Ihrem bevorzugten Netzwerk zu verbinden. Apps aus dem Google Play Store werden auf dem Xiami Rhythmie Note 12 Discovery nicht heruntergeladen. Beheben Sie Probleme beim Herunterladen von Apps aus dem Play Store. Im Allgemeinen werden Sie keine Schwierigkeiten beim Aktualisieren und Installieren von Anwendungen über den Google Play Store haben. Wenn Sie jedoch während des Installations- oder Aktualisierungsvorgangs eine Fehlerbehebung erhalten, bietet der nächste Abschnitt schnell Lösungen. Also, ohne weitere Umschweife, fangen wir an. Wie behebt man das Problem, dass Xiami Rhythmie Note 12 Discovery keine Apps im Google Play Store installiert oder aktualisiert? Überprüfen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung. Starten Sie das Gerät neu, um dieses Problem zu beheben. Gehen Sie zu Einstellungen Anwendungen Google Play Store Speicherdaten löschen und Cache leeren. Wenn der obige Schritt nicht funktioniert, erzwingen Sie das Stoppen der Google Play Store ab. Einstellungen Allgemeine Verwaltung Datum und Uhrzeit Automatisches Datum und Uhrzeit aktivieren. Überprüfen Sie, ob das Gerät über genügend internen Speicherplatz verfügt. Entfernen Sie alle Google-Konten und melden Sie sich mit Ihrem primären Gmail-Konto an. Bluetooth-Probleme in Xiami Rhythmie Note 12 Discovery Beheben Sie das Bluetooth-Problem des Telefons Früher war Bluetooth die einzige Möglichkeit, Daten drahtlos zu übertragen. Heutzutage dient Bluetooth jedoch hauptsächlich dazu, verschiedene Geräte zu verbinden. Obwohl es ein häufiges Problem ist, Bluetooth nicht mit einem neuen Gerät zu verbinden. Sie müssen sich keine Sorgen machen, denn wir haben alle Tricks behandelt, die Ihnen helfen, Bluetooth auf sehr einfache Weise mit dem Xiami Rhythmie Note 12 Discovery zu verbinden. Wie behebt man das Problem mit der Bluetooth-Kopplung des Xiami Rhythmie Note 12 Discovery? Schieben Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten schalten Sie Bluetooth aus und verbinden Sie es erneut. Aktivieren Sie den Flugmodus über das Benachrichtigungsfeld und schalten Sie ihn aus. Starten Sie Xiami Rhythmie Note 12 Discovery einmal neu. Entkoppeln Sie das Gerät und suchen Sie erneut nach dem Gerät. Gehen Sie zu Einstellungen Anwendungen Filter Optionen System Apps Anzeigen aktivieren Bluetooth Speicher Cache leeren. Überprüfen Sie, ob das Gerät mit Ihrem Telefon kompatibel ist. Versuchen Sie, eine Verbindung zu einem anderen Smartphone oder Bluetooth-Gerät herzustellen. Sie können auch versuchen, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen. Aktualisieren Sie auf das neueste Firmware-Update. Häufige Probleme im Zusammenhang mit Samsung Active Odyssey E930. Textnachrichten werden in Xiami Rhythmie Note 12 Discovery nicht gesendet. Das Problem mit der telefonischen Nachricht wurde behoben. Das Android-Ökosystem bietet viele Anwendungen, über die Sie problemlos mit Ihren Lieben kommunizieren können. Außerdem können Sie ein Gespräch mit Ihren Freunden und Ihrer Familie beginnen. Aber aus irgendeinem Grund wird die Textnachricht, SMS, nicht an den Kontakt gesendet oder Sie erhalten eine Fehlerbehebung. Befolgen Sie in diesem Fall diese Anleitung. Wie behebt man Xiami Rhythmie Note 12 Discovery, das keine Textnachrichten, SMS, senden kann? Starten Sie zuerst Ihr Gerät neu. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist. Überprüfen Sie Ihre Mobilfunknetzverbindung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilfunkanbieter einen ausgehenden SMS-Dienst hat. Drücken Sie lange auf die Nachrichten ab, tippen Sie auf Stopp erzwingen. Löschen Sie die Daten und den Cache der Nachrichten ab. Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen zurück, um einfach Textnachrichten zu senden. Wenn der obige Trick nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. So löschen Sie den Cache und die Daten der Nachrichten ab. Halten Sie die Nachrichten abgedrückt. Klicken Sie auf Anwendungsinformationen. Tippen Sie auf Speichercache löschen und Daten löschen. Netzwerkproblem in Xiami Rhythmie Note 12 Discovery. Beheben Sie das Problem mit dem Telefonnetz. Es ist ein sehr häufiges Problem, dass Xiami Rhythmie Note 12 Discovery kein Netzwerk anzeigt. Z. B. Kein Netzwerk oder SIM-Karten nicht registriert. In diesem Fall können Sie die folgenden Schritte überprüfen. Wie behebt man, dass das Internet auf Xiami Rhythmie Note 12 Discovery nicht funktioniert? Starten Sie Ihr Xiami Rhythmie Note 12 Discovery Smartphone neu. Setzen Sie die SIM-Karte erneut ein, um Netzwerke von Grund auf neu zu aktivieren. Aktivieren und deaktivieren Sie den Flugmodus, um die Netzwerkverbindung für einige Sekunden einzuschränken. Wechseln Sie in den abgesicherten Modus, um den Zugriff von Drittanbieter-Apps zu vermeiden. Setzen Sie die Netzwerkverbindungseinstellungen zurück. Hier sind einige erweiterte Optionen. Erste überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Geräts. Öffnen Sie die Einstellungen ab. Netzwerk und Internet Mobilfunknetz Erweitert Netzwerk automatisch auswählen suchen und aktivieren. Zweite deaktivieren Sie den Roaming-Modus. Gehen Sie zum Einstellungsmenü. Tippen Sie auf Netzwerk und Internet Mobilfunknetz. Deaktivieren Sie die Option Roaming. Probleme mit der Erkennungskamera des Xiami Rhythmie Note 12 Beheben Sie das Problem mit der Telefonkamera. Manchmal funktioniert die Kamera-App nicht und bleibt auf dem Bildschirm der Kamera abhängen und nimmt keine Bilder auf. Darüber hinaus gibt es Störungen in der nativen Kamera-App, während Sie die Momente Ihres Lebens festhalten. Abgesehen davon können Kameraprobleme auch aufgrund von Fehlerproblemen auftreten. In dieser Szene empfehlen wir Ihnen, dem Lösungsabschnitt zu folgen. Wie behebt man Kameraprobleme bei Xiami Rhythmie Note 12 Discovery?